hey freunde willkommen zum heutigen test ja auch ich lasse es mir nicht nehmen ich werde euch die crackling beam vorstellen von pyroland wir haben hier crackling rubies ja sind sehr schön muss man mal sagen also für die ausbreitung ist echt mega das paket kostet 390 also vier euro also relativ teuer aber wir haben wir 15 gramm pro kurzen kanonenschlag wie gesagt die kanonenschläge sind halt mit kräpchen sehr laut angeblich oder eine große ausbreitung ich hatte sie persönlich noch nicht gehabt und deswegen würde ich mal sagen immer gleich mal raus und schauen uns die quackling beam an jetzt noch hier die quackling beam mal spannend so schmeißen wir mal ein was die teile sind einfach zu krass das ist alles voll also wenn ihr die nächstes jahr kriegt kauft euch unbedingt also top i remember you 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 you